Die Foodakademie in Neuwied ist eine der profiliertesten Bildungseinrichtungen für den deutschen Lebensmittelhandel. Gestartet ist sie schon 1936 als Bundesfachschule des Lebensmittelhandels. Sie steht für Fortbildung und Weiterbildung im Lebensmittelhandel aus der Praxis für die Praxis. Und natürlich konnte, wie an anderen Schulen auch, kein Präsenzunterricht während der Corona-Krise stattfinden. Seit Anfang der Woche, seit Lockerungen stattfinden, sieht das etwas anders aus. Christine Baumgart ist stellvertretende Schulleiterin der Foodakademie und ich begrüße Sie ganz herzlich. Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns haben. Danke, dass ich da sein darf, Herr Mir. Frau Baumgart, wie sind denn die Erfahrungen in den ersten Tagen jetzt wieder mit Präsenzunterricht? Die Schüler haben sich so gefreut, sich wieder zu sehen. Da war es ganz wichtig für uns, erst mal auch am Anfang da zu sein und zu sagen, Abstand halten. Aber es ist entspannt. Die Schüler haben eine hohe Disziplin und es ist für uns einfach eine Freude, auch wieder vor einer Klasse zu stehen und nicht. Genau so in einer Situation eine Klasse Online-Unterricht, obwohl das auch eine schöne Erfahrung war. Welche Erfahrungen haben Sie denn mit dem digitalen Unterricht gemacht? Schüler sind digital genauso besonders wie in Präsenz. Und es war natürlich spannend. Läuft die Technik? Läuft Video? Läuft Ton? Wie haben die Schüler Disziplin zu Hause? Es lässt sich alles regeln. Und es war mit Sicherheit eine tolle Alternative zum Präsenzunterricht, eben damit es weitergeht. Gab es denn auch Probleme? Oder wenn es welche gab, wo lagen die? Also ein Schüler hat uns mal mit aufs Clou genommen. Da gibt es Möglichkeiten, technische Wartung Dinge zu verhindern. Aber im Prinzip hatten wir weniger Probleme als gedacht. Wie sieht es denn jetzt aus mit Abschlussprüfungen? Es wird ja nicht alles so gelaufen sein, wie Sie es vorgestellt haben. Gibt es da Probleme, Einschränkungen oder läuft alles wie geplant? Unsere Abschlussprüfungen laufen wie geplant. Zum Zeitpunkt, der auch geplant war, weil ja kein Unterricht ausgefallen ist. Wir hatten immer Kontakt zu den Schülern. Wir haben Gott sei Dank in Neuwied große Räume. Wir können auch während der Prüfungszeit die Abstände garantieren. Die IHK-Prüfungen wurden alle verlegt. Und so stehen wir vor der Herausforderung, Anfang Juli 170 Prüflinge in unserem Haus mit Abstand zu prüfen. Auch das bekommen wir hin. Zum Abschluss, was lernen Sie persönlich, was lernt die Food Akademie aus dieser Krise, die ja noch nicht zu Ende ist, auch wenn die Lockerungen jetzt kommen? Der Computer ist nicht unser Feind. Ich glaube, das haben alle Kollegen mitgenommen und dass jetzt auch in Zukunft Medien wie dieses, Videokonferenz, auch ohne Hemmungen und als normal betrachtet werden. Das war für uns wirklich ein Meilenstein in unserer eigenen Entwicklung. Und es gehört jetzt für uns in der Normalität mit dazu. Unterricht über die digitale Lernplattform, Unterricht über Videokonferenz, Prüfungsvorbereitung, online. Klappt alles. Und das ist eine tolle Erfahrung. Die werden wir beibehalten. Frau Baumgart, ich danke Ihnen herzlich. Bleiben Sie gesund und bis bald. Danke, Herr Mir. Bis bald. Danke, Herr Mir. Bis bald.